okay also der hat wohl irgendwelche irgendwelche experimente hier gemacht even i could guess what demo lisao meant that building was condemned in more ways than one hmm there had to be something i wasn't seeing it was locked from the outside mr fucking arsenal in here it was time to bring this little hellhole to the ground so i decided to put some of their c4 to good use so sprengstoff platzieren das wird gleich spaßig beim dingen wenn leute rauskommen und ich nicht mehr abhauen kann i'd seen some dark shit in my time but this was something else these vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it i just wanted to finish this and get far away from here but then true to form more of the rats come out of their holes so 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 treffer at least my visitors have been kind enough to leave the gate open so 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 Das VIP-Treatment erwartet mich auf dem Penthouse-Floor. Das VIP-Treatment erwartet mich. Oh, shit, 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 shit. Nein! Oh, shit! Ja, oder? Das ist ein Däbis! Was ist das? Treffer! Ja komm! So, das Ding noch. Das, aber ich glaube, das reicht auch zum Sprengen, ne? Oder? Das war die letzte von den Explosiven. Ich habe nur gedacht, dass es genug ist, um zu bringen. Und all das Böden in es. Wer möchte einen Schluch? Sie sehen, was das ist? Komm schon, jemand? Willst du sein? Ich habe nichts zu verlieren, wir machen es! Was ist hier passiert? Herr Neves. Was ist dein Problem, Mann? Mein Problem? Mein Problem? Wunderbar was mein Problem ist? Du wirst die Menschen in Glüh. Das ist mein Problem. Ich weiß nicht was du bist, Amerikan. All ich weiß, ist was ich von dir. Du wirst die Brach! Sie sind alle totale! Sie sind totale. Sie sind totale. Sie sind totale. Sie sind totale, die Menschen, totale. Sie sind totale, die Menschen totale. Mal nur, ich habe versucht. Das Glück ist mit deinen Versuchten. Das ganze Stadt ist gründlich. Der Großartige Amerikaner der Brach. Das ist richtig. You think you made any difference you think stopping this legit to make business venture is helping anyone legitimate You're stealing people's organs. We pay for everything We have the record. Oh, so people can sell their livers their hearts their eyeballs You're insane you sick fuck we get people safe in the city decent people Safe. I know a lot of powerful people well your Was ist denn jetzt schon wieder los Wow, ernsthaft. Oh, ich hasse es No ma'am Was ist das? Hey, duck dich. Max. Verdammt normal, duck dich doch einfach. Ich hab doch... Ich hab doch... Ich darf jetzt nicht getroffen werden. Sonst bin ich sofort tot. Hier gibt es auch kein Minikit oder sowas. Hm. Oh, hier gibt es Pan-Killer. Huh. Oh, hier gibt es Pan-Killer. Oh, geil. Wieso? Wieso habe ich jetzt verloren? Wieso? Wieso? Also, ja! Hallo? Hallo? Ich stehe es mal bitte auf. Und läuft es weiter. Also scheinbar muss man hier in einer gewissen Geschwindigkeit durch. Ich stehe es mal bitte auf. Ich stehe es mal bitte auf. Ich stehe es mal bitte auf. So. Ich glaube das ist das ganze in Ordnung gewesen. Ich habe dir gesagt, die Stadt war gefährlich, Franz. Ja, ich mag es. Es hat sich auf mich entwickelt. Schön, zu sehen, dass du glücklich bist. Du bist glücklich. Was hast du hier gehört? Ich kam zurück. Ich sehe das. Aber warum? Um dich zu retten. Oh, ja. Real hero. Na, ich bin. Komm mit mir, Max. In Brasilien. Kann ich mir das Einsteig? In einem Plot zu spielen. In einem Plot, die meine Lieblingsbote sind. Und die Anerkennung von der Verbrauchungen. Ja, das wäre perfekt für dich. Was bist du? Ich weiß nichts über die Anerkennung. Victor und Marcelo waren versucht, zu überdenken. Entschuldigung. Die Anerkennung und die Familie. Sie haben mich zu machen. Du willst sterben? Ich komme zurück für dich. Ich habe mein Bestes. Ich habe ein Kind, Max. Ich muss gehen. F*** dich. Klar. Nachher. Jetzt, los geht's. Ich hoffe, das Ding funktioniert. Okay. Ach, Ding. Ne, guck, da haben wir doch gerade schon gesehen. Ich habe gerade schon gesehen.